Hallo zusammen. Heute mal einige Gedanken zur fortschreitenden Homosexualisierung in unserem Land. Zunächst einmal, gibt es Homosexualisierung? Was ist das überhaupt? Zweitens, von wem wird das vorangetrieben? Was sind die Ursachen? Drittens, warum ist das ein großes Problem und ein Schaden? Und viertens, wer wehrt sich noch dagegen? Das Erste ist, was ist Homosexualisierung? Homosexualisierung bezeichne ich alles, was diese LGBT-Propaganda-Bewegung ausmacht. Das heißt, das Hochhalten von LGBT und insbesondere Homosexualität natürlich, aber in letzter Zeit auch sehr viel Transideologie, als einen hohen moralischen Wert. Entweder du selber sollst das machen oder wenn du selber es nicht machst, dann sollst du es wenigstens gut finden. Und jeden, der das ablehnt oder kritisch sieht für die Gesellschaft, den solltest du diskriminieren. Der ist entweder ein Rechtsradikaler oder mindestens ein Homophober, der also eine irrationale Angst vor Homosexualität hätte, ein zurückgebliebener Mensch etc. Das sind die Werte, die eingeprägt werden sollen. Das nenne ich Homosexualisierung. Das ist ein Phänomen, das nicht neu ist, aber in letzter Zeit wirklich so stark verbreitet ist in unserer Gesellschaft, dass man es nicht mehr leugnen kann. Also, wir sehen es in der Kultur, in weiten Teilen der kulturellen Erzeugnisse. In allen Filmen, in Serien sehen wir das. In kleinen Clips für Kinder sehen wir das. Wir sehen, dass Kinder dazu erzogen werden, sogar in der Schule. Es gibt Sexualunterricht inzwischen, wo Jungs angewiesen werden, was sie miteinander tun können. Wir sehen große Plakate, wie Jungs sich gegenseitig an die Hose fassen und ähnliche Abartigkeiten. Einfach so in der Innenstadt, wir sehen das in verschiedensten Bereichen des öffentlichen Diskurses. Man kann jemanden hervorragend komplett canceln, aus jedem Diskurs entfernen, indem man ihn erfolgreich als homophob brandmarken kann. Genauso wie Antisemitismus, das funktioniert auch nach wie vor sehr gut, aber natürlich schon seit Jahrzehnten. Das funktioniert jetzt mit Homophobie ganz hervorragend. Das ist jetzt eines von diesen zwei Heiligtümern geworden, das es gibt. Aber wir sehen das in so vielen Bereichen Wissenschaft. Wissenschaft ist nur noch darauf aus, Gender Studies, die ganze Sprachnorm, die Sprachtotalitismus, der von oben auf uns hereingedrückt wird, die neue Sprache, die wir verwenden sollen, in der wir nicht mehr die deutsche gewachsene Sprache, sondern eine Kunstsprache verwenden sollen, wie es eigentlich nur so Nazis oder Diktatursozialisten versucht haben, die Sprache zu ändern. Das ist ein weiterer Bereich. Die ständige Einwirken auf Teenager, die komplett ihre Identität verlieren sollen. Sie sind sich nicht mehr sicher über ihre geschlechtliche Identität, sind sich nicht mehr sicher über ihre sexuelle Identität. Sowohl durch die kulturellen Erzeugnisse, die ich euch gerade gesagt habe, als auch in jeglichen Wissenschaftssendungen werdet ihr das sehen. Ihr werdet das sehen in Politik. Ihr werdet ständig neue Forderungen kriegen. Sogar so weit, dass die ein Recht haben sollen, Kinder zu adoptieren. In allen Bereichen der Gesellschaft, sogar in Auseinandersetzung Außenpolitik mit anderen Staaten, ihr habt es gesehen bei der EM, mit Ungarn, da halten wir plötzlich nicht mehr die deutsche Flagge hoch, sondern die LGBT-Flagge. Also in allen Bereichen der Gesellschaft, vom ganz Großen zum ganz Kleinen, vom Individuellen bis zum Globalpolitischen, haben wir LGBT als eine Ideologie. Und das nenne ich Homosexualisierung der Gesellschaft und des Einzelnen. Wieso ist das entstanden? Entstanden ist das meiner Ansicht nach durch die Abwendung von Religion, die wir im Westen spätestens, sagen wir seit dem Zweiten Weltkrieg, aber aller spätestens seit den 60er Jahren haben. Komplette Entfremdung von Religion, Entfremdung von Gott, Spiritualität, Hinwendung zu Atheismus, Materialismus, individueller Freiheit, individuellem Entfalten. Alles bezieht sich nur noch auf ich, auf meine Wünsche, auf meine Neigungen, auf das, was ich gerade verspüre, was ich will und was mir auch von anderen eingegeben wird, was ich zu wollen habe. Aber externe oder gar göttliche Normen sollen überhaupt keine Rolle spielen. Das ist die Folge davon. Und warum ist es schädlich? Schädlich ist es deswegen, weil es die Grundfeste der Gesellschaft angreift. Diese atheistische und in unseren Tagen homosexualisierte Ideologie und Weltanschauung ist in einer Sache nämlich wirklich schlecht. Nämlich im Erhalt der Familie. Absolute Katastrophe. Familien zerbrechen, mehr und mehr jeder sieht das. Nicht nur Großfamilien, sondern kleinste Familien. Ehen halten nicht lange, wenn sie denn überhaupt geschlossen werden. Ehen werden sehr spät geschlossen. Kinder werden wenige bekommen oder gar keine. Und das ist ein Killer für eine Gesellschaft. Terroranschläge von Muslimen. Irgendwie Islamismus. Bevölkerungsaustausch. Islamhass. Kriege gar. Wirtschaftliche Kollaps. All das ist harmlos. All das ist wirklich harmlos. Ganz egal, was eure Standpunkte dazu sind. Im Vergleich zum Kollaps der Gesellschaft. Gesellschaft durch einen kompletten Entzug des Wertes Familie. Wenn es die Familie nicht mehr gibt, nicht mehr den Schutzraum gibt für die Kinder, keine Stabilität, um stabile Menschen mit Rückgrat aufwachsen zu lassen, dann wird so eine individualisierte Gesellschaft, in der wir Menschen nicht mehr als Menschen funktionieren, Menschen kann man normalerweise eigentlich nicht begreifen, ihrer Natur nach vom Individuum, sondern immer nur im Rahmen ihrer Gesellschaft, im Rahmen ihrer Familie. Aber wenn wir so vereinzelte Menschen sind, die keine Werte mehr haben, die ihre Identität völlig im Unklaren sind, die nicht einmal wissen, welches Geschlecht sie haben, im Extremfall, was sogar als ein Wert wieder gefeiert wird, ja, dann wird diese Gesellschaft keinen Bestand haben. Und das ist einer der schlimmsten oder vielleicht die schlimmste Folge von einer homosexualisierten Gesellschaft überhaupt. Und das ist eine Katastrophe, dass diejenigen, die sich als Rechte oder als Konservative bezeichnen, das nicht in diesen starken, prägnanten Weise erkennen und bekämpfen. Was tun sie stattdessen? Sie beschäftigen sich mit Bevölkerungsaustausch, mit Flüchtlingen, mit gegen Muslime sein, gegen Islam, Koran sein, gegen Ausländer, ein bisschen Rassismus noch dabei, etc. Aber sie erkennen nicht das wesentliche Problem oder machen es nicht zu ihrer Priorität. Warum nicht? Sie erkennen es vielleicht durchaus, aber sie können es nicht zur Priorität machen, weil das ist ein Heiligtum geworden. Wenn sie das zur Priorität machen, dann sind sie raus aus dem Diskurs. Genau wie Antisemitismus inzwischen auch. Israel-Kritik erfolgreich konnotiert so stark mit Antisemitismus, man ist raus. Oder man braucht ja nur behaupten, man wurde antisemitisch wegen einer Kette diskriminiert und dann springen einem sofort alle aus Politik und Gesellschaft bei. Wen gibt es noch, der etwas dagegen sagt, der versucht dagegen aufzustehen? Es gibt die, bei denen Familie noch ein sehr großer Wert ist. Und wer ist das? Das sind die Religionen, die göttlichen Religionen. In Deutschland also im Wesentlichen Christentum und Islam. Christentum mit vielen Fragezeichen, sehr vielen Abschwächungen, Kirchen mit Regenbogen fahren. Das Thema kann kaum noch erwähnt werden. Christentum nur noch am Rande, aber bei Muslimen ist es nach wie vor stark. Und deswegen werden ja die Muslime in unserem Land auch massiv versucht zu homosexualisieren. Durch verschiedene Homosexualisierungskampagnen im Namen des Islam zu sagen, wie gut das ist, wie schön das ist. Und das habe ich gehört, neulich ein homosexueller Imam in Social Media, Gott hat euch die Liebe geschenkt, deswegen kann sie ja gar nicht religiös verboten sein. Etc. pp. Obwohl das natürlich in den göttlichen Religionen ein vollkommen eindeutiges Thema ist. Und es ist deswegen so ein eindeutiges Thema, weil die göttlichen Religionen, ich würde sagen, selbst wenn ihr einen atheistischen Blick darauf werft, als zivilisatorische Errungenschaften kodifiziert haben, dass die Familie so heilig und wichtig ist für die Zivilisation und gleichzeitig eine Homosexualisierung, also nicht nur Einzelne, die das machen, sondern richtig, dass man das als einen Wert erhebt und das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir diesen gerade erreicht haben, dass das eine Gefahr darstellt, eine große Gefahr für die Familie und dadurch eine sehr große Gefahr für die Gesellschaft. Und tatsächlich in Deutschland würde ich sagen, wenn überhaupt und sogar das nur mit Einschränkung, sind wahrscheinlich Muslime und Teile von Christen die einzigen, die sich noch dagegen erheben. Und es gibt weitere Faktoren auf jeden Fall. Es gibt Faktoren, dass Menschen das ausnutzen, dass Menschen sich gerne darüber freuen, dass wir individualisierte Menschen haben, die man leichter beherrschen kann. Es gibt auch wirtschaftliche Fragen, ja, der Fragen der individuellen Entfaltung, das ist sogar ein Wirtschaftsfaktor. Aber der wesentliche Faktor ist die Abwendung von Religion und von Göttlichkeit und dadurch eine Ideologie, die einfach nicht in der Lage ist, den Wert Familie hochzuhalten. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.